Aua Komm mal auf dein Leben, klar Aua, Aua, Aua Aber echt Okay, da muss jemand eine Gefahrenbremse machen Also Fallbremsung Das ist so spät, what the fuck, was ist da draußen los? Ich guck mal hin, dass was passiert Ne, schade, naja Oder das war Der hat beim Gas geben Ist er da abgegangen, kann natürlich auch sein Was haben wir denn hier, hallo Eine Statue der Hera, scheinbar trug sie einst eine Halskette Ein Hinweis Eine Statue der Aphrodite, scheinbar trug sie auch einst eine Halskette Und ich sehe gerade da ein Dings Eine Truhe Oha, und das sind viele Hallo Muss ich hier lang? Ich weiß es nicht So Dann wollen wir mal Los Schwimmen Glücklicherweise Runterfallen kann man glücklicherweise nicht Aber da hinten ist was Und zwar Bröselige Wände So Dann mal hier aufmachen Opa, da kommt richtig viel raus Jetzt sind wir bei 9000 Ach komm Die 300, die kriegen wir noch Ach ja genau Ach ja genau Huch Achso, lass es greifen Ich hab mich schon gewundert Du 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 Anscheinend atmet der die ganze Zeit aus So viele Blubberblasen wieder sind Blubberblasen Ach ne, da brauch ich gar nicht erst drücken Weil das kenne ich ja schon Und hier war eine Leiter Wow Da hinten haben wir also Türen Also Türen sind da hinten Und Ja, auf einmal sind sie da Oder kamen die da gerade aus dem Boden geschnellt Tschüss Ja, das war genial Neustart vom letzten Gottrollpunkt Oh nein Hier wieder Boah Was zur Helle Nur weil ich da abgestürzt bin Muss ich die ganze Scheiße nochmal machen So mit dem ganzen Äh Sogar die Gegner nochmal Meine Fresse ist das Ewig her Fresse Wie die Wie denn das Was gerade überhaupt nicht gestört hat Nee, ich störe sie jetzt gleich ab Das klingt wie ein Hund So Die brauch ich nicht anquatschen hier Äh Okay Dann aber die Scheiße hier wieder Dann sind wir wieder bei zwölf Dann runter Und wieder tauchen Na, ist das witzig Dann hätte ich ja wenigstens bei dem Wieder aus Äh, Dingsen Dann ein Na gut Also Ja, sagen wir wenigstens vor der Tür Weil das ist dann doch schon ein bisschen scheiße Wenn wir die ganze Kacke immer und immer wieder machen müssen Nur weil man da runterfällt Äh, los So Ähm Und nochmal Und nochmal Und wieder 32 Logisch eigentlich Und zack Und noch einmal versuchen wir diesmal aber nicht zu sterben. Das wäre nicht sehr witzig. Ehrlich. Huch. Und runter. Gut. Mein Gott. Oh. Das haben wir extra gemacht. So ein Scheiß hier. Scheiße, scheiße. Nein. Ich hab keinen Bock. Oh Gott. Ehrlich. Nein, Quatsch. So. Alter. Gut, dann mach ich eben erst den Kampf. Und dann die Behinderten-Dings, weil sonst dauert's zu lange. Jungs oder Mädels, keine Ahnung. Aber die sind leicht hellblau. Das heißt, blau ist ja eigentlich die Farbe für Jungs. noch einmal rüber. Hier. Ja. Und jetzt warten wir hier, dass diese Mistviecher angelatscht kommen. Na, kommt er. Mist. So, ne, ich geh da ganz bestimmt nicht hoch. Okay, ich geh doch hoch. Mein Gott. Au. Mein Gott. Mein Gott, guck mal, klar, Junge. Das ist natürlich an den Satyren scheiße. Äh. Und zwar, dass die halt immer, wenn sie treffen, dann machen sie wirklich so ein, so eine Super-Kombo. Oh, ich kann hier auch so stehen, das ist auch ganz nice. Komm her. Ja, komm her. Ja, komm doch. Sag mal, das tun wir nicht ein auf cool, Mann. Also. Er denkt schon wieder, ey. Lala, kloppen wir mal eine Runde auf die Wand und töten damit den Feind. So, dann ziehen wir uns hier mal eben ein bisschen rote Orbs und runter. Yeah. Ach, da ist eine Leiter, die wir natürlich noch nicht hochkommen, weil sie viel zu hoch hängt. Okay. Ach ja. Ich glaub, wenn man mit, äh, wenn man ohne... Den, wie heißt es, oder ohne ein Kostüm, mein Gott, bin ich laut, ist das laut hier. Wenn ich ohne, wenn man ohne Kostüm spielt, Jungs, Leute, meine ich, man weiß ja mal nicht, ob es Jungs sind, aber gut, bei denen glaube ich eher schon. Allgemein. Ähm. Auf jeden Fall ist es so, dass... Geht so, eigentlich war es... Ähm. Dadurch, dass man halt dann... Ne, das ist schon so richtig gewesen. Ähm, ich glaube... Kann ich jetzt eigentlich mal reden? Ich vergesse halt mal. Ich vergesse noch, was ich sagen wollte. Also. Ich glaube, ohne, ähm... Kostüm. Ähm. Hat man... Oder beziehungsweise macht man weniger Schaden. Das heißt, es ist irgendwie... Weil ich hab das Gefühl, dass ich das letzte Mal viel mehr Probleme dabei hatte, die ganzen... Oh. Die ganzen Gegner zu töten. Aber ich glaube auch, dass es an diesem, äh, Kostüm hier liegt.